An der Stelle habe ich jetzt ein Ladegerät für das Handy und schaue mir an, was da alles draufsteht. Hier ist Output und das ist einmal 9 Volt mit 1,6 Ampere oder 5 Volt mit 2 Ampere. Das Gerät, das sind diese modernen Teile, das unterhält sich mit dem Handy, was willst du? Und ich nehme jetzt mal U gleich 5 Volt und I gleich 2 Ampere. Das ist ein relativ gutes Gerät und damit bekomme ich die Leistung. Das ist ja U mal I, also die Leistung wären hier 10 Watt, also deutlich weniger als jetzt ein Toaster, ein Wasserkocher oder sowas. Interessant wäre an der Stelle jetzt der Wirkungsgrad, also wie viel Leistung stecke ich hier rein? Das ist P aufgewandt und wie viel Leistung kommt hier raus? P nutz. Das wäre natürlich super, wenn ich hier 10 Watt reinstecken würde und hier 10 Watt raus bekäme, dann hätte ich einen Wirkungsgrad von 100%. Aber wir wissen alle, wenn wir da hinfassen, das Ding wird warm und damit haut es nicht hin. Also ich muss hier mehr als 10 Watt reinstecken, also vielleicht 12 Watt und dann habe ich hier einen Verlust von 2 Watt. Also Wärme geht weg, 2 Watt und der Wirkungsgrad wäre jetzt Ether gleich die Nutzleistung 10 Watt durch die aufgewandte Leistung 12 Watt. Und dann bekomme ich so ein 10 Zwölftel, so einen Bruch. Das sagen die mir hier nicht so richtig, Input, ja so, weiß ich nicht, Input, Fragezeichen, wie viel ich rein muss. Aber da gibt es Messgeräte, das möchte ich bei Zeiten mal machen und dann messe ich das, wie viel Leistung da und dann kann ich diesen Ether genau ausrechnen. Also jetzt sind diese 12 Watt grob geschätzt, aber ich bin jetzt neugierig.